Das erste Angebot, was ich hatte aus den USA, war tatsächlich nicht Bellator, sondern UFC. Und ich war 19, also ich wäre der jüngste Kämpfer gewesen, der jemals UFC gesigned hat und der zweite Deutsche nach Tennessee war. Und dementsprechend war ich auch in der Geschichte mit der UFC überhaupt nicht aware, was für eine Option das ist, sondern ich dachte einfach, ey, ich kämpfe und ich werde stärker und mache mein Ding und die UFC, danke für die Anfrage, leider keine Zeit. Als ich die Anfrage bekommen hatte, hatte ich halt am nächsten Wochenende schon einen Kampf anstehen, das damals auch mein größter Kampf war, mit damals meinem größten Paycheck, was natürlich im Verhältnis lächerlich war, habe ich der UFC gesagt, dass ich zuerst diesen Kampf machen möchte, weil ich einfach Bock hatte und gut trainiert hatte und mir natürlich safe, sicher war, dass ich gewinne. Das war auch eine lustige Zeit, weil ich halt nicht daran geglaubt habe, dass ich verlieren könnte. Ja, 9-0 ist natürlich der Herrgott persönlich, der da kämpft. Das war nicht leicht, das zu verarbeiten. Dann bin ich halt nach Prag und habe gegen die Nummer 5 aus Europa damals gekämpft. Also ein richtig guter Mann, der später noch Better Tour Champion geworden ist, ein richtig starker Typ, gegen den ich dann gekämpft habe und voll auf die Presse bekommen habe. Und danach erst wieder aufs Neue aufgewacht bin und wieder aufs Neue realisieren musste, so was habe ich wirklich gerade vor mir. Und das war natürlich die verpasste Chance auf die UFC. Und das wieder gut zu machen, waren dann sehr komische Jahre. Also ich habe so, ich mache gerade den Kampf. Ich hau den um und dann komme ich. Ihr müsst euch leider noch ein bisschen Geduld, dass der Herr Bildstein Zeit für euch hat. Ja, genau. Und dann hast du den Kampf verloren und hast gesagt, so UFC, ich bin jetzt bereit. Und dann haben die gesagt, bereit für was? Ja, ist so, ja, genau. Krass. Du kannst ja nicht mehr in die Niederlage rein. Dann haben die gesagt, okay, you need to get back on winning streak. Und das habe ich danach nie wieder geschafft, so richtig. Ich bin immer phasenweise, das war eine sehr lange Zeit, wo ich immer wieder versucht habe, in die UFC zu kommen, wo das auch so mein einziges Goal war. Wo phasenweise wirklich halb Deutschland und der Rest der Welt geschrien hat, so Junge, jetzt lass den doch bitte mal, nimm den doch bitte mal auf. Aber die haben mich nie wieder aufgeladen, die haben mich nie wieder so wirklich eines Blickes gewürdigt. Das war auf jeden Fall auch die unangenehmere Zeit des Kämpfs tatsächlich. Weil da war das halt immer wieder so aufs Neue. eine Konfrontation mit dem, was wirklich dahinter steckt und was du wirklich daraus haben wolltest und nicht das, was du glaubst, dir genommen zu haben. Das war immer wieder so aufs Neue, so Bro, herzlichen Glückwunsch, aber was machst du damit? Dementsprechend war das so, wie lange war das? Das waren schon so fünf Jahre oder so, wo ich dem quasi mehr oder weniger nur hinterhergelaufen bin und alles nur auf diese kurzen Sequenzen gesetzt habe. Davor war das wirklich in einer Tour durch beste Leben. Davor war ich einfach nur so on my way to the top.